Caio, Caio, Caio Berico. Besonderes Loot habe ich nicht, leider. Ich habe da nur, ich habe da nur zweimal Gemälde oder Kokain und ich habe mich entschieden zweimal Gemälde zu nehmen und werde versuchen da möglichst schnell das durchzuspielen. Also, Panzerung brauchen wir nicht, dieses Geld können wir uns sparen. Ziel ist, schneller als 7 Minuten 51 das durchzuspielen. Jetzt mal schauen, ob das geht. Schalldämpfer ganz wichtig. Und Lootie. Direkt runter in die Compound, weil ich zweimal Gemälde nehmen kann. Und das ist aus Zeitgründen das Optimale. Aus Geldgründen ist es nicht das Optimale. Aber ich will versuchen da meinen persönlichen Rekord zu unterbieten. Sohn. Ah, willkommen back, again. I have to say, perhaps Mr. Rubio thinks we are finished with it. He tells himself we would have to be crazy to keep coming back. But he does not appreciate our Russian military strategy. We make no distinction between madness and genius, huh? Okay, come. Let us give you another lesson. Not long now to work for. ok sehr gut ins wasser gekommen jetzt bin ich gespannt hier auf dem schneidbrenner ja das wäre schneller gegangen aber nicht viel zeit verloren jedenfalls vom frischen schweizer kristallwasser aus der berg quelle frisch gezapft ok Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt Save-Leeren und beide Bilder abhängen 92.000, hier optimale Beute Mehr gibt's nicht hier Mehr gibt's nicht aus dem Save Das erste Bild Und das zweite Bild nehmen Und dann runter in den Keller Weil dort muss ich nur zweimal hacken Und dann ja wir haben ja den schlüssel also zweimal hacken irgendwas stimmt nicht ja hier stimmt was nicht einmal ich habe lange gebraucht und zweimal also das war nicht optimal das war alles andere als optimal aber ich kann sich ändern kein fehler mehr sehr gut ich glück habe kann ich einfach durch und jetzt noch schadlos von der insel kommen ja ja Und rauskaulen, raustauchen. Okay, Tasche ist voll, Elite habe ich auf jeden Fall. Und vom Gefühl her, ich denke es ist ein neuer persönlicher Rekord, sollte sein, weil es lief besser als das letzte Mal, auch wenn das Hacken da etwas hakelig war. Also beim Hacken ist noch Potenzial, sonst sehe ich da kein Potenzial mehr, um das schneller zu erledigen. Aber wir werden es gleich sehen. Also sicher unter 15 Minuten, sicher Elite geschafft. Aber ist es neuer persönlicher Rekord, wenn es kürzer ist als 7 Minuten 51, ist es neuer persönlicher Rekord. 7,23. Neuer persönlicher Rekord. Fast 30 Sekunden schneller, 28 Sekunden schneller, 7 Minuten 23. Also das liegt noch immer was drin. Ich kann immer noch schneller fahren. Betreuse und Vielen Dank.